Jo, dann gucken wir doch mal, wie das denn so, nein, nicht da noch. Rüstung sieht ein wenig skurril aus. Gucken wir mal, wie es jetzt funktioniert mit dem ausgelockt mit Leuten abhängen. Also jetzt hängen wir ja gerade mit dem Barkeeper ab und helfen ihm irgendwie beim Kochen. Und das soll wohl seine Stimmung zu uns heben. Aber ich bin nicht genau da ausgelockt, glaube ich. Müssen wir da mal gucken. Nö, ah doch hier. You hung out with Durstin Tello. Das Essen für morgen wurde vorbereitet. Yep, just scrambled eggs. Das sind Rühreier, ne? Noch ein bisschen Pfeffer rein. Ja, gut. Es gab zwölf Favor und das Rezept für scrambled eggs. Ja, schick. Und so scheint fast jeder NPC irgendwas zu haben, mit dem man machen kann. Das heißt, ich gehe schon mal hier hin und melde mich quasi an fürs Abhängen mit dem Frosch. Hangout. Discussen. Ranalon. Culture. Vielleicht lernen wir seine Sprache dadurch. Also wenn es Goblinsisch gibt, dann gibt es vielleicht auch Frogrisch. Oder so. Ja, ob man die irgendwie in Reihe schalten kann oder so, weiß ich noch nicht. Oh, hi. Weil es sind halt zwei Stunden, das ist eine denkbar ungünstige Zeitdauer für AFK irgendwas machen. Also außer man spielt den ganzen Tag und ist zwischendurch irgendwie, naja spielt nicht den ganzen Tag, sondern macht zwischendurch Kleinigkeiten und kommt dann immer wieder in das Spiel rein. Aber ich spiele meistens eher am Stück und dann bin ich mit dem Spiel fertig für den Tag und bin dann eher länger offline. Hacking Blade. Causes Deep. Targeting to Bleed. So. Take All. Was mich gerade wundert. Also wir haben jetzt eine Quest bekommen von dem Vieh. Habe ich auch schon angesehen heute. Aber eigentlich dachte ich, man kriegt die Quests von denen nur, wenn sie so eine Krone oben drüber haben. Also hat es mir aufgefallen bei den Schweinen und Schafen, dass da auch so eine Krone oben drüber war. Und ich habe auch Quests davon bekommen und ich habe die Quest extra nicht beendet. Sondern bei 8 von 9 und bei 9 von 10 irgendwie stehen lassen jeweils. Aber anscheinend überleben die nicht den Lockout oder überleben die nicht den Tageswechsel. Aber auch hier. Die wurden noch nicht angezeigt. Track. 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 Mal gucken, was wir danach so bekommen. Also sonst noch Änderungen. Ich habe halt gekillt, gekillt, gekillt. Die Karte aufgedeckt. So ein bisschen zumindest für den Kartografie-Skill. Ich habe den Bogen auf 10. Weil man das für manche Rüstung brauchte. Anarmt ist kurz vor 10. Aber das sollten wir durch ein bisschen in der zweiten Reihe das haben hinbekommen. Und ich bin dann wieder zurück auf Schwerter gewechselt. Einfach nur, um alles nach und nach hoch zu bekommen. Weil es gibt ja auch passive Boni. Also bei Archery kriegen wir jedes Mal mehr Lebenspunkte und mehr Energie, was jede Klasse braucht. Und ich habe noch nicht wirklich entschlossen, was Gyrogon werden soll für eine Klasse. Wobei er ja meistens Plattenträger-Nachkämpfer ist. Bei den Schwert-Skills ist glaube ich jetzt nur der Deep-Cut neu. Oh, ich glaube du wirst ein Spieler. Und nach und nach, da ich halt auch diese Black Widows gekillt habe, kam auch ein bisschen was an Spinnenrüstungen zusammen. Aber ich denke, das volle Set kriegen wir einfacher, wenn man zurückgehen würde in diese Höhle, wo durchgekommen sind. Ja. Doch, was ich jetzt machen möchte mit euch, auch um das Off-Camera-Spielen für mich angenehmer zu machen, ist zurück zu der Stadt zu gehen. Das Ding da hinten, oder? Ja, also Stadt. Die zwei Hütten. Da dann ein wenig noch mit den NPCs schnacken, gucken, ob da irgendwelche Rezepte sind. So, ich könnte die Quest vorher noch beenden. Ob da noch irgendwas zu tun ist für die NPCs. Und sonst Richtung Süden gehen, um den ganzen Schmarrn mal zu verkaufen. Weil das Inventar-Management ist recht nervig, die ganzen Sachen mal wieder auszusortieren. Da wäre es schon, einen ganz schicken Ort zu haben, den ich euch auch vorher gezeigt habe. Wo man dann verkaufen kann. Also weg mit dir. Ruminant Anatomie und Anatomie. Das gab es durch was? Nur durch die Quest hier? Äh, stopp. Wir haben hier jetzt Anatomie gelernt. Das Wissen über die Physiologie von Kreaturen. Dies ist ein Regenschirmskill. Also Umbrella ist ein Begriff für, wenn man einen Ordner hat und dann einen Unterordner. Das heißt, der Ordner der Umbrella für den Unterordner. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Für eine große Menge an Sub-Skills für verschiedene Kreaturen. Das heißt, es gibt einen Anatomie-Skill für Schafe, einen Anatomie-Skill für Goblins und so weiter. Mal gucken. Erhöht Passiv Animal Handling. Also kann man wohl auch, also Pads gibt es hier anscheinend, sonst wäre da nicht so ein riesen Pads-Knopf. Und mehr Inventory-Folder. Davon habe ich auch schon gelesen. Und zwar kann man hier quasi Ordner erstellen, um die Sachen dann besser zu sortieren. Das sind keine Rucksäcke, die mehr Slots bringen. Das ist einfach nur, dass man sagt, ich habe jetzt einen Ordner für Sachen zum Verkaufen. Und da tut man alles rein, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Wird aber erst nach und nach freigeschaltet durch solche Sachen. Okay, und was machst du? Achso, Schamanic Infusion. Also man kann wohl auch Schaman-Skills bekommen. Und Ruminant Anatomie? Geht um Pflanzenfresser wie Kühe, Schafe, Rehe und Kamele. Okay, mehr Combat-Info auf Level 5. Extra Butchering-Yield, extra Skinning-Yield. Also man kann wohl auch butchern und skinnen. Schön, schön. Trophy Skin, Exotic Skin. Es gibt so schön viele Skills. Ja, damit. So, was fehlt jetzt noch? Ein Schwein bräuchte mir noch und eine Spinne. Die nehme ich auch immer schön mit für Foraging. Muss das, glaube ich, gewesen sein. Ja. Alle drei Minuten könnte man die abfahmen, aber nee. Schub. Ja, das ist eine Spinne. Immer schön parieren, damit deren Rage-Skill nicht getriggert wird. Eine Spinne fehlt noch. Oh, was bist denn du? Ein Zestus, der Anarm braucht. Achso, das ist eine Faustwaffe. Aber wie? Das ist 101 wert. Das nehme ich mit. Auch wenn ich mir schon relativ sicher bin, dass ich kein Faustkämpfer werden will. Also kein primärer Faustkämpfer. Auch wenn das System dafür recht ausgebaut zu sein scheint. Also mit diesem Meditationsschrein. Anthropod-Anatomie-Faustkampfer. Okay. Also das System für den Faustkampf und für Anarmt allgemein. Also da es ja auch Kombos gibt und diesen Meditationsschrein, wo man das weiter ausführen kann und so weiter. Also es könnte sich lohnen, richtigen Monk zu spielen. Also der dann primär irgendwie Faustkampf hat und als Sekundär irgendwas Priesterisches, Heilerisches oder Schamane. Oder Necromonk. Okay, was fehlt noch? Ein Schwein fehlt noch. Das müsste ja auf dem Weg zur Stadt irgendwo zu finden sein. Ich weiche mir den Spinnen da aus. Das kostet unnötig Zeit. Was bist du für ein Altar? So, hier kann man Dinge opfern. Ich weiß noch nicht, was für Dinge man opfern sollte. Ich opfer mal einen Zahn. Nichts passiert. Fleisch? Ich meine, die Opfer sind gang und gäbe gewesen. Nö. Äh, ja, okay. Da muss man halt mit der Zeit raus und probieren. Wobei ich schon denke, dass es irgendwo auch einen Hinweis geben wird, was man denn opfern sollte. Ah, da ist so eine Krone, die meinte ich. Also wenn ihr sowas seht, also falls ihr selber spielt, äh, weil ihr sowas seht, könnt ihr da hingehen und ihr kriegt eine Quest, um denn die Art von Gegner zu töten. Und die nehme ich einfach alle mit, weil wir ab und an Viecher töten, kriegen wir übrigens noch mehr von diesen Anatomie-Skills. Das ist eine C-Ratte. Hunting Rats. Zehn Stück müssen wir töten. Nein, der sieht nichts wert. Ah, wir sind jetzt fast wieder beim Eingang, wo wir zurückgehen könnten. Ne, das will ich nicht. Ich muss von hier aus jetzt Richtung... Das da war nicht die Taverne, oder? Gucken wir uns, was das da hinten ist. Ja, das ist ein Schild. Taida. Taida ist doch die Insel, auf der wir waren, oder? Da war zumindest auch so ein Schild. Giant Plains Red, nein. Chicken. Ich habe das ganze Fleisch auch gesammelt von den Tieren. Pork, Mutton, es gab noch irgendwo eins. Also ganz viele Äpfel. In der Hoffnung, dass wir in der Taverne noch zep... Ah, Killerscharf. Und das kann man anscheinend chainen, die Quest, also immer wieder machen. Oh, wieder Schafiang. Bah. Acid pittet irgendwas Shield of Mambas. Na ja, wobei. Nehme ich einfach mal mit. Da ich ja eh gleich verkaufen gehen will. Venture könnte man so auch Geld machen. Also das ist ja eine Sandbox. Man kann so ziemlich machen, was man möchte. Also ich hätte ja auch das ganze Tierengebiet gleich skippen können. Einfach durch das Ding durchlaufen. Bis hier hin. Oder den Bogenskill nicht skälen, sondern nur auf Schwertkampf gehen. Und so weiter. Wobei ich das am Anfang ein wenig einschränkend fand. Auf der Insel. Also dass man nicht gleich mehrere Waffengattungen auf einmal zur Auswahl hatte. So fängt halt jeder als ein Schwertkämpfer und... Und was war das? Hm. Als ein Schwertkämpfer und... Und bewaffnet an. Also ich hätte sonst gerne noch irgendwelche Bluntwaffen oder Stäbe und Magie zur Auswahl. Ich glaube, wir spielen irgendetwas Instrument. Gibt es Musikskills? Hm. Wo zur Hölle ist da gegangen? Das ist die Taverne, ne? Ja. Da hingen wir unten. Das ist nie die Taverne. Das ist wieder was anderes. Fighting Lessons from El Senro. Hm. Eine gefährliche Gegnerart ist jene, der sich regeneriert. Lass sie bluten, lass sie bluten. Oder verbrenn sie, vergifte sie. Beschmeiß sie mit Säure. Also dotten. Ja. Kiste ist... Und irgendwann trainiert hier Gitarrespielen. Das klingt nämlich teilweise echt... Nicht sehr vollendet, sagen wir es mal so. Und komisch, dass das Gebäude jetzt nicht eingezeichnet ist. Aber die Karte ist wohl nicht ganz aktuell. Weiterspielen, das war gut. Ja, Lana geht auch gut ab. Nein, das ist kein Spieler gewesen. Ah, das ist ein Spieler. Ach so, er hat wahrscheinlich auf... Oder sie? Bubis? Aufgefordert, den Baden spielen zu lassen. Was man niemals in Taverne machen sollte. In jedem Spiel. Sollte man eigentlich nicht sagen zu den Baden. Komm, spiel doch ein Lied. Das ist meistens keine gute Idee. So, Dustin, hi. Training? Ja, genau sowas habe ich gesucht. Wir haben leider nicht ganz so viel Geld. Du brauchst mehr Kochungsgeld. Oak Wood Chips. Teach. Small Chips of Oak, perfect for smoking fish and meats. Krabbenfleisch. Eine wässrige Pilzsuppe. Kochte Krabbe und wir haben kein Geld mehr. Wo machen wir die Wood Chips? Wollen wir wahrscheinlich eine Säge führen. Ja. Ach so, was mochtest du? Small Talk, du magst Figurinen. Hat sich geändert, oder? Mochte er nicht irgendwie Alkohol? Ah ne, das war der andere Typ in dem anderen Raum. Der Holzverarbeiter. Der mochte Bier und perfekte Stücke an Holz. Also du magst... Ivory ist Elfenbein. Kaligrafie-Rezept scrollen und Figurinen. Ne, okay, das bringt mir nichts. Du magst Wolle, Tellering-Rezepte und pinke Farbe. Wolle haben wir. Da. Bitteschön. Weil es soll ja Quest freischalten und Trainingsmöglichkeiten freischalten. Also würde ich schon ganz gerne jeden NPC irgendwie beschnacken, auch wenn es echt viele gibt. Storage Box. Dieses gibt dir schnellen Zugang zu den Storage Containern von jedem Villager oder Container in der Stadt. Aber du hast noch keine. Also, das heißt, die NPCs, wenn man sie genug beschnackt und beschenkt, dann sagen sie, hier komm, kannst du mir Sachen einlagern. Und so funktioniert die Bank. Man braucht Freunde. Okay, also noch ein Grund mehr, Leuten Knochen zu schenken und Figurinen und sowas alles. Gut, ich gehe mal Richtung Süden. Da sollte irgendwo ein Zwerg sein, der Sachen aufkauft. Und noch weiter südlich diese Duchess. Oder war es andersrum? Die alles kauft? Ich glaube, es war zuerst die Duchess im Süden. Die kauft aber nur gewisse Sachen. Ortinas Nabelring? Ein Bauchnabelring? Ein lieblicher Bauchnabelring mit einem Tourmalin drinnen. Wird gebraucht, um eine Quest abzuschließen. Gehört nicht dir, oder? Komm, schließen wir dich mal ab. Non-Ruminant-Ungulat-Anatomie. Oh Gott. Ja, 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 ja. Aber ich finde es schön. Ich finde es echt schön, wie verdammt viele Skills es gibt. Und dass die auch alle irgendwas bringen. Das stört mich an so vielen anderen Rollenspielen. Also gerade sowas wie WoW. Also ich habe WoW gerne gespielt. Also primär Rest of the Lich King. Danach war es ein bisschen albern. Aber ich habe es gerne gespielt. Aber dass es halt immer nichts zu tun gab. Main-Char. Und ja, es gibt auch Dutzende von Alt-Chars. Meine Ex-Frau war da so eine. Oder ist da so eine. Die hat immer ganz viele Chars. Und die sind alle auf Max-Level und so weiter. Aber dass man den eigenen Haupt-Char, der einem wichtig ist. Dass man den nicht wirklich weiterentwickeln kann. Außer mit Raids. Einmal oder zweimal die Woche. Und dann auch nur mit ein, zwei Auslösungsgegenständen. Das fand ich immer recht meh. Hi. Kein freies Essen. Und diese ist eine Farm. Keine Charity. Ich will kein freies Essen. Lügner. Aber du bist zu spät. Diese verdammten Logger haben meine Ausrüstung gestohlen. Hier ist nichts außer Weintrauben. Und ich brauche die. Na gut, vielleicht noch ein paar Kartoffeln und Zwiebeln. Aber die brauche ich auch. Wenn du so dringend Essen haben möchtest. Ich weiß gar nicht, ob ich Hunger habe. Au. Das brachte doch was mit dem Baden. Der Lied. Das Lied. Hat uns einen Baff gegeben. So. Wenn du so dringend Essen haben willst, solltest du selber deine Felder anpflanzen. Wie geht das? Ich meinte das nur rhetorisch. Aber was soll's. Du kannst meine Farben benutzen. Ich habe ein paar Setzlinge, die du benutzen kannst. Okay. Ach, die ich kaufen darf von dir. Das ist aber nett. Ich glaube, ich habe auch noch Setzlinge. Ja, Blubel. Nein, nein, nein. Okay. Dann nehmen wir mal Potatoes. Brauchen wir noch irgendwas? Irgendwie eine Hacke oder so? Schauen wir mal. Oh, man kann übrigens Kühe spielen. Und nein, das ist kein Scherz. Man kann eine Kuh spielen oder einen Raben spielen oder was auch immer. Mit extra Skills für Kühe. Kühe sind eher Tanks. Laut Vicky. Oh, ich brenne. Ist hier irgendwo Wasser? Was ist ein Brunnen? Oh, das hält nicht so lange, ne? Naja, okay. So, wo kann ich denn Sachen anpflanzen? Er meinte, ich könne seine Felder benutzen. Ah, da wahrscheinlich. Oh, Magierspieler. Grapevine. Du hast nicht die Erlaubnis, das hier abzubauen. Wie pflanze ich an? Plant. Oh. Aber auf den Boden legen. Baby potato. Plant. Baby potato. Man kann überall das einfach anpflanzen? Potato seedling can't be used. You already have the maximum of that type of plant growing. Okay, also man kann nur x Anzahl von derselben Pflanzenart gleichzeitig anbauen. Aber sonst käme mir gleich die Idee, dass irgendein Spieler dann sich einen Scherz draus macht und sich tausend Kartoffeln kauft als High-End-Spieler und die ganze Welt kartoffelisiert. Das wäre dann vielleicht nicht ganz so schön. So, das ist eine durstige Kartoffel. wie Water-Potato. Water-Potato. Dann brauche ich wieder neues Wasser. Oh ja, man kann einen Farming-Simulator anscheinend auch laufen haben. Wobei es recht schnell geht. Blub, blub. Wo sind wir Flaschen? Was ist da drin? Ah, das ist die Creme-Lotion für Brainpower. Reife-Potato. Level up in Gardening. Completely the goal-grower-Potato. Schön. Wie viel ist ein Kartoffel jetzt wert? Fünf. Und ich habe bezahlt, ich glaube, mehr. Aber ich kann die Kartoffel jetzt halt verkochen, um irgendwie Bar-Kartoffeln auch so draus zu machen. Ja. Hm. Gucken, was Neues zu sagen hat. Was wackelt da? Dance-Appreciation. You've enjoyed a recent dance performance and now you're ready to focus on create new things. Crafting-Spiel gab das. Tanzen? Wollen wir hier spielen. Hi. Smart-Hoc. Du magst Eier, du magst gekochte Eier, also das ist Eier gekochte Sachen. Du magst komische Erde und Pflanzen. Ich suche aber eigentlich jemanden, wo ich was verkaufen kann. Ich glaube, bei ihm kann man nur kaufen. Ne, er kauft nichts. Okay, wir suchen weiter den Zwerg und die Lady. Und da sollten wir vermutlich dem Weg folgen. Oh, das sieht nach einer größeren Ansammlung an Gebäuden aus. Was haben wir da? Naja, kein Platz mehr mehr da. Also wie ein richtiges Dorf. Sogar mit Windmühlen und allem. Hoffen wir mal, dass da die Lady oder der Zwerg ist. Da wird alles verkauft. Und dann können wir auch gerne uns wieder zurück teleportieren ins Startgebiet, um da die Sache abzuschließen. Ich würde nur ungern halt, wenn der ganze Inventar durchgeht, rumlaufen. Das ist mir dann doch zu viel. Auch noch ganz schön wäre ein bisschen Storage. Das ist zum Beispiel jetzt die Pfeile und der Bogen und sowas, was ich jetzt gerade nicht skillle, da eingelagert werden kann. Kein Willkommenskomitee. Baroness, da ist sie. Wer bist du und warum bist du hier? Ich bin Girogon. Ich bin hier, um zu helfen. Eigentlich will ich nur einen Kampf verkaufen. Warum? Weil ich Leuten helfe. Ich bin halt toll. Ah, ein großer Held gekommen, um den Menschen zu helfen. Um die Welt zu retten vor der Tyrannei. Von was genau? Ey, komm schon. Ich bin nur hier, um zu helfen. Wo soll ich gehen? Nun, ich habe Arbeit für jemanden mit einem guten Schwertarm. Ich bezahle in Councils. Das ist die Währung hier. Und meine Preise sind fest. Ich verhandle nicht. Okay. Also wir können bei Faber hingehen und dann gibt sie uns Quests. Ob ich vielleicht verkaufen? Sell. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Alle alten, also alle Sachen, die aus der Neulingsinsel kommen, können weg. Und alle grauen Amulette können mal weg. Das Brainszeug. Oh, das Brainszeug gibt richtig gut Kohle. Schön. Augments habe ich auch zwei gefunden. Ich weiß allerdings nicht genau, wie ich die anbringe. Also es gibt da den einen NPC. Ich glaube, der Schreiner, der hatte eine Option, um das anzubringen. Aber ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt. Jetzt schon. Ja. Nimm, 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 nimm. Ein bisschen aussortieren. Spiderwebs. Gibt es schon viel Kohle? Verkaufe ich mal. Spinnenbeine, Rattenzähne. Die Goblets. Oh ja, nice. Ich wusste, dass es sich lohnt, die auch zu sammeln. Also verkaufen, verkaufen. Oh, sie hat kaum noch Kohle. Wann gibt es hier neue Kohle? In sieben Tagen. Oh Gott. Ja. Also, selbst wenn man gutes Zeug findet, bringt es einem nicht so super viel. Spiderweb und Co. tragen wir nicht, ne? Das ist nicht der, den wir tragen. Ja, und das Schwert würde ich ganz gerne als nächstes tragen können. Aber da bräuchten wir 5, 10 Schwertskirche und 15 Anarm. Das ist also eine ganze Weile her. Ring of Armor Regeneration. Ich brauche nur noch 10. Na jetzt. Ah ne, das ist über. Okay, also die angelegten Sachen werden nicht angezeigt. Man kann also nicht aus Versehen, was verkaufen, was man gerade trägt. Dann Spoon. Und sie ist leer. So, was für Favor hast du denn? Distract the Run Alone. Clearing the Run Alone Temple. Attacking Run Alone. Sie hat, glaube ich, was gegen Run Alones. Okay. Die Baroness ist generös, aber nicht reich. Maris, also sie, wird fast alles kaufen. Aber sie hat nur eine kleine Menge an Gold, die sie jede Woche ausgeben kann. Die meisten anderen Shopkeeper haben eine Menge Geld, die sie jede Woche ausgeben können. Aber sie geben dir nicht die besten Deals, bis man sie befreundet hat. Erhöhe dein Favor Level mit Shopkeepers. Oder ich gebe ihnen Geschenke. Dies wird ihren Maximum-Kaufpreis erhöhen, als auch die maximale Anzahl an Gold, die sie haben. Ja, ich würde halt gerne so einen Händler mal sehen, ne? Dass wir da alles verkaufen können. Und ich schaue mal ganz kurz, ob irgendwas... Also das Schwert behalten wir auf jeden Fall. Die Schuhe würde ich gerne demnächst anziehen. Der... Ja, Archery Damage von Mammar Strike kann auch weg. Also der Helm kann auch weg. Das alte Schild kann auch weg. Also sie hat kein Geld. Ja, dann laufe ich jetzt. Also hier war anscheinend noch nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, hier wären wirklich mehrere Gebäude mit mehreren NPCs drin. Aber scheinbar ist sie hier allein. Eine gute Dame. Noch kurz gucken wegen Secrets eventuell. Der Spiel hat ja doch recht viele versteckte Kleinigkeiten, wo man dann plötzlich irgendeinen Skill bekommt. Aber ne, ist nur ein leerer Stein. Ja. Dann gehe ich jetzt doch nochmal weiter Richtung Süden und suche da ein Zwerg. Einfach nur, um seinen sieben Tage Heimat auch schon mal zu triggern. Das ist sinnvoll, denke ich. Na, hier hat man auch Krams verkaufen. Äh, liegen lassen, weil wahrscheinlich der Spieler seinen Max auch schon ausgegeben hat. Ein Goblet. Okay, wir haben ganz viel Krams. Acid Eddle Blade of Sly Talk. Element Handling Pads have plus zwölf Enthusiasmus. Fast Talk heals you for 14 Armour. Was ist das? Fast Talk. Mind-shattering Web-coated Head of Swordsmanship. Ja gut, also was ich gerade sagen wollte. Wahrscheinlich hat ein Spieler sein Limit bei der Baroness auch aufgebraucht und hatte keinen Bock, jetzt noch sieben Tage zu warten. Und hat deswegen sein Inventar einfach leer gemacht. Und das habe ich dann einfach alles aufgesammelt. Ich bin allerdings eventuell einen Ticken geduldiger als er. Mal gucken. Und laufe jetzt zu den anderen NPCs und verkaufe da auch den Kram, den ich gerade aufgesammelt habe. Und das meinte ich vorhin mit, das ist möglicherweise auch eine Art an Geld zu kommen, indem man einfach anderen Spielen hinterherläuft, also rumläuft und wenn man solche Haufen sieht, einfach die alle aufsammelt, anstatt sie zu ignorieren und dann die Händler abwerfen hat. Drei Spinnen sind doch ein bisschen so viel. Ja, alle x Sekunden heilen die Skills einen auch, dann blinken die so blau auf und haben so einen Engels, genau das da. Aber trotzdem werde ich vielleicht sterben, glaube ich. Gift. Leather Amour Suit Timeout. Oh, das war aber ganz schön knapp. Okay, nicht am Gift gestorben. Ich schaue es mit Essen aus. Essen ist noch aktiv. Nehmen wir den einen Nagel weg, weil die Spinnenweben findet man ja doch häufiger und die stecken schön. So. So ist das jetzt da. You received an emergency heal from your leather Amour Suit. Oh. Also meine Rüstung hat mich geheilt. So ist das ein bisschen Venom- oder Spawn-Style. Okay.